Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Backrooms. Und diesmal ist der Chris auch dabei. So, runter gehts. Oh, da ist es dunkel. Wie ist die Taschenlampe schnell gegangen? Wir haben keine Items. Wir haben keine Items. Oh ja, ich hab Items. Oder am Kassel. Was für ne Kassel? Kassel. Gehst du ein bisschen raus? Danke. Wo ist die Dürrschlampe? Mandelwasser, wow. Bringt nix. Was brauchen wir jetzt Mandelwasser? Äh, das haben wir durchgerufen. Ja, klar. Inventar hast du ne... Nein, hab ich nicht. Ich auch nicht. Du warst die Einziger, er war nicht da und ich bin ja gestorben. Deswegen hast du die Taschenlampe. Stimmt. Dann hab's noch ich. Dann führ uns mal hier durch. Geil. So ist Michi der Führer. Oh, da ist einer. Da ist einer. Ganz links ist einer. Da ist gerade einer gegangen. Das hab ich gesehen. Dann geh ich einmal nach rechts. Gut einer gegangen. Ich weiß ja nicht wer von euch wer ist. Wer kriegt vor mir auf den Boden. Ich. Wie. Wo ist der Kassel? Der ist da gerade nach links gegangen. Da ist er. Der würde direkt in der Gegend gehen und sterben oder was. Da ist eine Tür hinter dir oder? Die Tür sind immer gut. Und hier ist nichts drin. Fick dich. Das ist zum Verstecken, Mann. Da hat er nachhängt, kannst du dir zu machen, ob da einer. Ja ich wusste das nicht. Oder war ich hinter der Säule und so. Excuse me. Ramamamamamamamamamam. Versichert echt null. War das vorher keine Taschenlampe? Ich auch nicht. Aber die sehen uns bestimmt. Ja die gerne sogar. Die ist so schön. Die auch die Burentüre. Der ist so schnell. Wenn einer kommt, ich werf ihn die Dose am Kopf. Okay, das ist nur so ein Versteckender. Da geht es auf jeden Fall runter. Das ist jetzt auch gegangen. Nein. Also, wenn du dich umdreißt, deine Taschenlampe sieht man kaum. Auf einmal steht sie hinter dir. Ich bin hinter dir. Ich sehe genauso viel wie ihr mit der Taschenlampe. Eigentlich gar nichts. Das ist sehr gut. Gleich kommt einer angeräumt. Excuse me. Das ist sowas zum Kacken. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Da war ich schon. Da war ich schon. Da haben wir gestartet. Sicher? Ja. Da vorne hast du einen Rennen gesehen, hast du gesagt. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Okay. Ja, dann geh mal jetzt runter. Eingepressen. Da dreht er sich um. Muss auch schon Angst haben, dass er einfach woanders lang rennt. Noch weiter runter. Ist er so weit da? Wir sind ja noch gar nicht runter. Ich gehe jetzt runter. Hä? Ich gehe leichter. Leichter mehr runter. So, ich halte meinen Pass. Was? Alter, man sieht auch nichts mit der Taschenlampe. Ja, ich sehe nichts mit der Taschenlampe. Hallo. Ich habe denn auch was. Ich auch. Überhaupt nichts. Was ist das mit mir Spaß? Ist es abgeschlossen? Ja. Ja. Wo ist es? Wo ist es? Äh. Da vorne mit der Taschenlampe. Da. Ich gehe, Kaka. Es geht noch weiter runter, habe ich gesehen. Okay. Ist die Tür auf? Wo? Nein. Ich weiß nicht, gehen wir noch eins weiter runter? Ja, es geht noch weiter runter. Ich höre es gleich, excuse me. Und zeige ihn auch schon sehr. Aua! Ach du fuck! Warum redet er da noch? Wir drehen, woher siehst! Das ist gut. Ich kann mich nicht mehr bewegen, jetzt wo ich im Raum drinne bin. Ja. Ich sehe nur einen Schaden. Ich sehe nur einen Schaden über mir. Ich kann mich nicht bewegen. Ticken zum Fetzen. Hey, what the fuck is mit dieser Tür? Warum kann ich mich nicht bewegen? Keine Ahnung, ich kann mich wieder bewegen. Wer ist das? Ich bin das. Okay. Ich bin auch da. Ich habe einen Affeld. Wo ist der Micha oder der Thomas? Der Thomas weiß ich nicht. Der Thomas ist ein bisschen nicht rein. Und weg? Das ist gut. Ich weiß ja nicht mal, ob er Papier jetzt vor der Tür ist oder nicht. Na, das wird. Okay, ich weiß nicht. Boah, mein Herz. Also der schreckt du das? Na. Ich habe die Kreatur schreien gehört, also ist sie gar nicht so weit weg von mir. Ich habe keine Ahnung wo du es sein sollst. Ich bin einfach oben. Oh, okay. Wo hast du gefressen? Ja. Ich bin auf meiner Grenze. Ich bin auf meiner Grenze, die Box. Ich habe nur gesehen, da leuchtet was. Ich habe mich nicht runtergelegt, aber mir kommt schon seine Ahnung entgegen. Ich bin leider tot. Ich kann ja doch nicht, wenn ich dich richtig zuschauen. Er steht in der Tür drin und versteckt sie. Ich habe nebenbei gegessen. Ach so. Hast du das drin gegessen? Ich habe mich gefressen. Dann lasst er uns sterben und da drin essen. Wo ist Michi? Na da. Der ist auch gestorben, wenn wir runtergegangen sind. Ich bin noch runtergegangen. Was mache ich denn jetzt? Sterben. Also du kannst probieren, von der Arbeit zu kommen oder sterben. So viel zu Hause was dann. Ich würde lieber warten, dass ich ein ganz großer Labyrinth-Clip bin. Ich sehe leider nichts. Das ist das Problem. Das Mantelwasser bringt halt noch nichts in der Welt, finde ich. Also wenn du deinen siehst, der was so Angst ist für du, dann renn weg. Aber irgendwie habe ich unendlich ausgetaucht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ganz so zufrieden. Soll ich ihn einfach suchen und sterben? Weil ich finde eh den Weg nicht. Da muss ich irgendwo da hinten arbeiten. Da ist er. Da bin ich gar nicht. Und ich auch. Das ist überhaupt nichts, wo ich lang muss. Das ist kein Licht zum Nachzeichnen. Das ist jetzt überhaupt nicht. Der hat auch nichts mehr. Meine Kamera grinds leider auch. Nix, nix mehr! Hello. Hello. man sieht da wohl gar nichts, im letzten Jahr haben wir keine Taschenlampe, ne? na vielleicht liegen da unten wirklich welche er braucht ne Duschlampe man, der Wasser ist Hardcore unnötig eigentlich ich meine, ich hätte doch die Helligkeit vom Spültäter an das hat der Thomas alle als Wandelwasser weggenommen, das hab ich gar gar nichts man feilen lassen? ja siehst du? gar nix ich hab sie gestapelt ja, gut und so ist er durchgehen, Alter und so ist er durchgehen? ist er urschier ey was? dann machen wir's ich weiß nicht, wie's weitergeht, was machen müssen ja, aber du siehst da unten halt nix mehr, das ist das Problem du weißt nicht, welche Richtung du dich drehen musst, oder sonst irgendwas ohne Taschenlampe ist das leider einfach scheiße man kann halt jeder Tier aufmachen der tut sich aber irgendwie auch gar nicht tarnen, ne? der kommt einfach an, wenn man drückfristig zu mir! zu mir! zu mir! du weißt du denn? ich bin grad aus weitergegangen hä? ich seh nix ich auch nicht! Hilfe! da! hinter dir! hinter dir! wo? da genau! hinter dir! hinter dir! hinter dir! hinter dir! da! da! siehst du? genau da! da! du weißt du? ich schleich dich! die war vorher hochsperrt wie sollst du denn jetzt auf? keine ahnung haben wir es noch ein Level? das gibt die türen auf nein, ich glaub das du musst die Tür finden das ist zufällig ich muss den weitergehen okay da schon sehr einlager aus auf jeden fall wir haben eine treppe und dafür braucht man security eine security karte scheint und das tipp stay in the light was soll das denn jetzt ist der leid also das man jetzt aus und werden gefressen dass mein licht bleiben sollen dass man wahrscheinlich immer das licht ausgeht das ist was anders da oder wie ich sage warum 37 94 die gehen eigentlich auf nicht auf die geht auch vorwärts da kommt was ist das security check ich glaube das können wir gar nicht machen oder das aber einfach nur so probieren bis aufgeht da ist auf jeden fall ein unsichtbar war und da geht es auf jeden fall nicht weiter wenn die ganzen tieren nein geht nicht auf sieben geht nicht auf kann ich muss bringen jetzt überhaupt die wasser hier ganz nicht auf wir müssen bei 1 noch irgendwas machen oder es geht nicht weiter mich da brauchen wir auch sicherheitskarten die haben wir noch was ist der muss ein ausweis herzeigen da ich glaube nicht dass es geht was ist das hier für eine scheiße was machst du überhaupt das ist das ist irgendwie das ist ein riesel aber ich check das nicht ja lass mich mal her ich mach mal was anschaue ich schicke das riesel nicht ich schicke es nicht also genau das herzeigen du kannst die du kannst die drei da links wechseln aber was das eine rechts da jetzt dir sagen soll weiß ich nicht ich bin nicht wundern meck könnte auch megalodon sein oder so menschliches kotiergerät kommt da so einer mit hackebeilarm raus oder sowas oder mein eigener garten sind ja so blümchen und gleich kommt da einer durch die tür rein das wärst du sagt er excuse me excuse me was ich hab ich hab das gehoffnet eh okay hat er gesagt stay in the light na wurscht sag bescheid wenn ihr stirbt okay nein komm ich komm rein wenn dann sterben wir alle ah der hat jetzt einen lichtschalter gefunden äh was ist da drinnen äh stufe 0 da steht okay garage ich traue diesem glas nicht überhaupt nicht ich komme mich aus der feste daraus f ach der kann man da irgendwas scheiße der film muss man bei der computer irgendwas machen oh gott was das garage ja im garage kann man nicht sagen was soll das sein das sind die wörter der garage ah ok 0 und echse was ja wir sind bei tor echse die anderen zwei sind sachen die haben auch ja da gibt es auf jeden fall ein passwort q w r t y also das ist das einzige was man öffnen kann warte ich fotografiere das mal ich weiß das wo man das passt auch hallo lass den pc los dankeschön dann müssen wir anscheinend daraus und ein passwort terminal finden wer hat sie 123 ist es nicht hier ich hört you ja aber haben wir irgendwas zum passwort eingeben ja ja hast du das passwort denn schon abgespeichert ich habe es abfotografiert gehen wir mal raus und gehen wir mal in den vorigen raum und schauen was da ist naja ich heiße es ja jetzt hat dich gehört und guck mal was das hier für ein kackraum ist also da ist nichts mehr wenn schon müssen wir wieder raus gehen da ja ey nein guck dir das an im ersten level ist doch dieses komische strichmännchenvieh da da liegt es doch auf dem boden ausgerollt ja ok ja dann geh mal wieder zu ja geh auf dir geht gleich irgendwas aus und wir sterben dann gehen wir zu ans ans ja sie sind ja offen mit dir und vielleicht können wir da dann müssen wir noch auf den thomas warten klatsch wartet auf mir ich bin da klatsch ach jetzt lädt das wieder so jetzt gehen wir da her stay in the light ok halt das halt mal achso blöd jo wer geht rein achso du musst schnell durch oder wie stay in the light ok da hinten ist licht fuck no geh weg ah da machen wir keine nicht mehr als nächstes also wo musst du denn da hinrennen damit meine licht bleibt ja du denkst du noch nie gut ich bin aber achso nicht so deppert der nächste hin ne ey du musst falsches und rechtsfalsches in welche richtung muss man dann du musst gleich wenn du rauf rennst nach rechts rennen so schnell wie es geht aber es ist halt urschwör was ist denn da rechts ne tür nicht nicht ja jetzt kannst du warten das war so wieder creepy die mal links zur tür ist du hast okay will ich das öffnen also ich nicht ja ja okay und die tür hinter dir damals da ist irgendwie nix drin ich seh ja nix drin ich seh halt nix also ich seh halt nix ich seh halt nur weißen bildschirm weiße das ist jetzt nicht dein ernst okay da ist dann nix gut dann musst du schauen wie du weiterkommst solange hier das licht an bleibt ist nix drin das licht das licht es ist nix 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 nein das denn schaffen das licht es ist so wunderschön ganz hinten ist ein geisterorb am schweben wie weit nach vorne kann ich denn laufen ohne dass sie mich fressen muss einen kurzen weg haben ja wahrscheinlich gleich dass der gerade da vorne wahrscheinlich muss einfach nur gerade wenn man es nicht jetzt mit einem saft kämpft schneller rennen so rennen ok du bist tot das schaffst du nicht das ist zu weit das schafft man nicht also da in den raum ist zumindest gar nichts drin und nichts ok hat lasst er ausgehen ja nein doch nichts boah ich dachte schon er steht zu weit vorne die werden uns gepert da wenn wir da drüben stehen oder herren hehehehehe alle geschafft füllt nein ich bin doch gerade zu machen er hat sich losgerannt wo sind die ach da hinten ist das gesicht wollte gerade sagen wo sind die gesichter ok ich bin tot ich kann nicht mehr willst mich verarschen ja erster ernst erster ernst ich war im licht boah ich hab das gesehen wie du in das stück geflogen bist ich war im licht ich bin gleich sicher was bring dich rum ich will so drehtreden nach einem das sind ja auch viele gesichter da müssen wir gleich direkt nach links rennen ja ja da wird ja mal von mir rennen auf einmal ist mein Sprinten leer das ist ja scheiße ah man kann von da gleich nach rechts rennen ah da vorne ist ein näherer raum also ich die müssen gleich sofort na also ne 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 kann vielleicht er macht den lichtshatter erstmal aus nosferatu ja genau irgendeine wende sondern schleim ab ne scherz 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 Wow, wie schön war das denn? So, ich hab's geschafft. Es sind Türen. Was ist denn da drin? Wie, wo sind Türen? Es ist wahrscheinlich drüben auf der anderen Seite. Ich bin auf der anderen Seite. Hey, da steht ein Kosten. Ach, da vorne ist ein Raum. Okay. Was ist denn Kosten drin? Ja, jetzt muss ich warten. Also gleich, wenn ich hier rauskomme, rechts und dann auf der rechten Seite. Da steht ein Aktenkoffer, meinet. Oh, da ist Maselwasser drinnen bei mir. Aber nur eins. Und dann Springer. Wer braucht Mandelwasser mehr? Sieh ich, Thomas. Ey, ich weiß nicht, oder? Das war Mandelwasser. In dem anderen Raum war auch nur Mandelwasser in diesen kleinen Abstellräumen drin. Brauchst das du? Warte, ich warte noch. Und was sollen diese Kartons aus Püren? Ich hoffe, wir müssen nicht eins auf. Ist das jetzt noch mal ein Raum von uns? Ich bin aber auch noch sattgefallen. Scheiße, ich bin tot. Nein! Du musst springen. Du kannst springen, ja. Dann geht's nicht. Hä? Wieso wurde ich nicht gefressen, obwohl ich hinter Michi war? Weil hinter Michi wurde nicht gefressen. Keine Ahnung. Hallo, ich sehe dich. Was ist das einfach? What? Es ist jetzt schon dunkel. Geht's da überhaupt weiter? Da sind schon wieder so ein komischer Hackenschwank. Sagen wir, wir müssen die Treppe auf. Aber warum müssen wir denn da rein? Wir müssen den Weg hinauf, oder? Da ist nix bei mir. Wir müssen den Weg hinauf. Aber welchen Weg? Da ganz vorne. Da ganz vorne ist am Weg hinauf. Wirkt grad von Krebs. Wie willst du das denn schaffen? Ich hab keine Angst, weil ich... Du mir schleifen. Komm her. Das ist ja... Das ist sauschwer, muss ich ehrlich sagen. Hä? Wie würdest du denn da hochkommen? Wir müssen als erstes nach links. Wir müssen als erstes nach links. Ja, aber nach links ist es schwerer, oder? Es ist näher. Es ist links näher als rechts. Okay. Komm her da eh nicht. Du musst... Warte mal, Michi. Ich schau jetzt mal, wo die herkommen. Okay. Wenn du da stehst, ob du stirbst, willst du ja wissen. Weißt du sowas, wenn du von ganz unten aufrenst, da brauchst du nicht so viel Ausdauer. Nein. Du kannst da noch stehen, wo ich bin. Doch herum kannst du noch stehen nicht, oder? Aber sobald du weiter gehst, glaub ich kommen wir uns. Okay. Naja, die lassen dich jetzt noch in Ruhe. Fangen wir mal ab. Aber da oben ist ja dunkel. Ich seh nix. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ich seh nix. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Das erschreckt mich, oder? Wo muss ich hin? Also oben tanzst du irgendwie nix. Aber ich seh nix. Ich seh nix. Oder die müssen erst hochkommen. Ich seh halt auch nix. Ich seh nur ausgegangen. Weiter links. Weiter links. Aber wohin? Weiter links. Wohin? 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 Jetzt muss ich rein natürlich auskommen. Oder ist ja nix. Ich hab das Gefühl wir werden hier oben hin und her geportet. Ja da bin ich auch immer hinten rein. Auf einmal bin ich woanders. Ich seh jetzt nix mehr. Wo bin ich? Wo bin ich? Hallo? Hallo? Ich seh gar nix mehr. Ich stepp wohnt oben. Ich versteh dieses Level nicht. Ich weiß nicht wo ich bin. Ich kann nix machen. Ich seh da wirklich. Ich versteh dieses Level nicht. Hallo? Ich seh nix mehr. Wie viele von diesen scheiß Pfeilen sind hier denn? Ich weiß nicht wo ich bin. Ja da. Ah da hinten. Jetzt hat was Licht gemacht. Ich seh nix. Ich seh schon ein bissel was. Was ist los? Ich steh die Helligkeit nicht. Wo enthält was das genau ist. Du stellst mir doch nicht hoch. Was soll das? Geht das einstellen überhaupt. Die Helligkeit. Ja weiß ich nicht. Geht gar nicht einstellen. Ich seh halt nix. Ich seh nur das Schild wenn ich da vorne... Ich laufe im Kreisen. Ich seh halt nix mehr jetzt. Ich seh halt nix mehr jetzt. Oh fuck ey. Dieses Spiel mich hier. Ich seh kurz irgendwie was aufblitzen am Rand. Und wenn ich mich hin drehe ist da dunkel. Ich seh halt nix mehr. Ich seh halt nix mehr. Ich seh halt gar nix mehr. Ich finde nix mehr. Das sind irgendwie so komische Dorfeln. Also so Saulen sind da auf jeden Fall. Das habe ich schon gemerkt. Ich seh halt nix mehr. Das ist das Problem. Ich laufe jetzt einfach gerade aus und drehe mich. Ah da fuhren sie gern rein. Ich seh überhaupt nix. Ich halt auch nicht. Ich seh halt nix mehr. Ach da ist n Schild. Da ist n Schild. Da ist n Schild. Jetzt steh ich bei so n Schild. Und jetzt? Wir sind tausend Stück von den Dingern. Ich seh dich. Weil immer das gerade vor mir ist. Ja wahrscheinlich ich. Läuft da gerade gegen so ne Säule mit so n Schild? Äh jetzt bist du auf eurem Weg. Ich seh ja. Wir werden hier oben rumgeportet. Nein nein. Das sind extrem viele Saulen. Ah da fuhren bist du. Ganz vorne habe ich das gerade gesehen. Das ist n Titana Saule. Das gerade. Aber wo bist du? Ich hab grad irgendwie einen Bug gehabt. Dass ich alles gesehen hab. Ja aber. Irgendwie hab ich da auch. Aber gleichzeitig kommst du hier oben auch nicht weiter. Aber wenn unten nichts ist. Und du hier oben nicht weiter kommst. Wo ist denn dann lang? Dahinten? Da rennt einer. Da rennt einer zu mir gerade. Ja. Du musst dich einfach nur gerade aus. Da geht grad wieder ein. Ich seh gerade mal. Wie man bockt. Bisschen gehe. Bisschen geht einer. Also irgendwo. Ich seh jetzt gar nichts mehr. Nur noch die Säule hier. Vielleicht ist unten mal die Akten schränke. Gehen muss drin. Nein. Da ist ja nichts. Da ist ja nur Mandelwasser drin. Ich seh jetzt nichts mehr. Außer dieses Schild vor mir. Hä? Die anderen Schilder leuchten ja gar nicht mehr jetzt. Du hast das nicht schickst. Da hinten ist jetzt wieder hell. Ich geh hin und es ist wieder dunkel. Was soll das? Geh weg ist hell. Ich geh hin und es ist dunkel. Was soll das? Also da unten ist der Anfang. Was soll das? Ich schicke das nicht. Alles mein Gott. Da vorne links war einer. Hallo ich seh dich. Bist du das? Was? Da puh geht einer. Also was links rechts gehört das bin ich. Ja ich bin der andere gegenüber. Hahaha. Ich hab den Chris gefunden. Jawohl. Was jetzt? Ich schau mich nicht. Und bei der beiden siehst du eigentlich ein bissel Licht. Oh was war das? Gehst du da weiter? Da bin ich. Vor allem die Schilder die zahlen alle irgendwo meistens ein hin. Wenn du dann da hoch gehst zu den Schildern. Du kommst komplett anders hin. In allem steht einer. Bist du das da hinten? Sicher wieder nichts. Ich seh da einen laufen. Bist du ja. Ganz hinten. So wirst du an anderen noch vorbeigerannt. Haha. Ah. Ich seh was. Ich seh was. Endlich. Endlich seh ich was. Ich steh jetzt. Ich steh jetzt genau dort wo wir offen gekommen sind. Die Geister stecken alle unten. Warum kommen die nicht hoch? Ich weiß nicht. Die kommen wir wollen. Anscheinend. Hallo Geister. Da unten stehen die alle sagst du. Da unten stehen die alle sagst du. Da hat mein Ausweis heraus. Da braucht mein Ausweis. Da braucht mein Ausweis. Da braucht mein Ausweis. Also herum kommen die nicht hoch. Ich glaub herum ist nix. Hab ich das Gefühl. Ja das heißt auch. Bleib im Licht. Aber wir können ja gar nicht im Licht bleiben. Da unten ist ja nix. Wir waren ja in jedem Raum drinnen. Ich will hier eigentlich geradeaus gehen. Aber wenn ich hier lang gehe bin ich immer irgendwo. und ich habe in jedem Raum drinnen. Für die irgendwie gelöst zu sein. Wann da überhaupt lange? Ich glaub da ist ne unsichtbar moment. Läufst du geradeaus? Ich probier kurz bloß Aber zum Glück kommen die hoch, sonst wäre ich schon 5000 mal tot gewesen Wo bist du hin? Er geht ganz in die Ecken Wenn ich in die Ecken gehe, kann ich noch ein bisschen nach rechts gehen Was für Ecken? Hm Hier sieht man halt gar nichts mehr, wenn man geradeaus läuft Ohne Durchlaufen ist das ein richter Horror Hier oben hätten wir sie gebraucht Ich lauf jetzt mal rückwärts Nur noch, das hat noch was auch Aber da hinten seh ich gar nichts mehr Nichts mehr Also ich bin da ganz hinten Ja, aber da ganz hinten seh ich halt nichts mehr, ist das Problem So, wir sind einfach geradeaus Ich bin wieder da am Anfang Ich bin jetzt glaube ich an der Wand, ich lauf nicht mehr weiter Aber ich kann mich links drehen, ich kann mich rechts drehen, ich seh nichts mehr Also hier ist auch gerade nichts mehr, das ist klar Oh, da war der gerade in der Schulter Man sieht halt nur in der Erfernung immer irgendein Licht, aber wenn man hingeht, ist es dunkel Man sieht halt nur in der Erfernung immer irgendein Licht, aber wenn man hingeht, ist es dunkel Na Geister Es gibt ja kein Korbaten anders Oha, meine Sanity ist ziemlich low Ich glaube ich sterbe bald Ich glaube ich sterbe alle Leute Also ich geh auf jeden Versterben Also ich geh ja nicht weiter auf, von da wo ich stehe Also ich geh ja nicht weiter auf, von da wo ich stehe Ich äh, ich stehe schon vor einer ca Ich stehe gar nicht mehr, als du re Szene Der sitzt da oben drauf Also ich weiß gar nicht wo Michi ist Ich glaube ich weiß selber wo ich bin Ich sehe gerade wie es da oben hoch gekommen wird Ich komme immer wieder hier an egal wo ich ein draufhören ist chris noch an leben er schwebt in der luft ich kann mich jetzt umbringen ich wollte kuscheln das muss eine taschen lampe da geben wir müssen durch die tieren durchschauen das bleibt uns nichts übrig hast du denn auch immer in jeden schrank reingeguckt mandelwasser nix absteck kann man auf du stirbst ok dann suchen wir jetzt taschenlampen in jedem raum gehen jetzt jeden raum durch und suchen das das der mauchen dort nix liegt ist schon etwas komisch wir können nicht bis weiter auf geht das wenn ich den gas tank in die luft jagen dann gehe ich wieder links oh der geist kommt der geist kommt das liegt da hinten nix da kann man gleich da in die mitte auch hinrennen ich bin grad auf den weg gekremt da soll man nicht nachkommen ich habe das gefühl dass es nicht immer gleich lange an das licht na manchmal ist kurz manchmal ist länger ich bin gleich das war ein paar sekunden da ist nix wow wtf ist das ist der arm jetzt geht's glödder aus ja der kommt er hat mich nicht erwischt der war weiter hinten Der ist gesprintet, das habe ich gesehen. Du stirbst. Das Licht ist komisch gewesen, das habe ich auch früher erwischt. Das ist nix. Warum soll denn überall diese Pakete aus Polen? Ich habe mich nicht... Nein, da ist gar nichts drin bei dir. Ich glaube in der Mittenmiche, dort wo die Mitten ist rein. Dort unten drin ist irgendwas. Am besten ist so. Ja, du kannst das auch machen. Boah, du hast es gesehen, ich bin auch weggeframmt. Leider mitten und so liegt nämlich nix. Vielleicht liegt da ja irgendwas. Gibt es denn etwas, das da nichts ist? Mandelwasser, bitte. Und die mittlere? Nix. Das kann doch nicht sein. Oh, ich sehe es grinsend. Aber wo? Ich sehe da, er kriegt seine Leiche. Ah! Das ist scheuer als Punkt. Nein, 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 ich bin weiter dabei. Ich mache nur Wüsse. Okay. Okay. Die rennen oben, was du machst. Aber vorher war nix bei mir. Also... What? Station oder Fun? Fun. Auf jeden Fall zu Fun. Station. Du kannst zur Station gehen, da kommt auch was lustiges. Ja, wohin geh meinst? Na komm, wir bleiben zusammen. Ja, wir bleiben zusammen. Also wie gehst du Fun? Fun! Das Licht, das ist so wunderschön. Wie überall so Einbuchtungen sind, als wären hier Türen, aber hier sind keine Türen. Was du jetzt zur Station kennt, kommt da Zug entgegen. Ja, mit Monstern. Ist Michi eh hinter mir? Ich bin hinter dir, ja. Ist er eh hinter mir? Ich kann mich nicht hochgedrehen, sonst kommt wieder Excuse me. Excuse me? Ich habe meinen Ausweis dabei, ich bin 18. Normalerweise muss ich irgendwo Disco öffnen. Es kommt nichts. Geh her, Ingos. Ich siehe gar nicht mehr. Ja, warum wir jetzt noch so weit vor, du Spacko? Jetzt sind wir ein endlicher. Ja, es soll Spaß machen. Ich habe jetzt schon Spaß. Oh ja. Wollen wir die Rohre hier rattern, als würde da jemand Dünnschlüsse haben. Okay, jetzt bleiben wir mal stehen. Äh, übersprungen. Bleib doch stehen, du Arschnase! Wow! Du! Oh! Oh! Ich bin draußen. Er rennt in eine andere Richtung. Hä? Er rennt in eine andere Richtung. Ich hab da oft nicht entgegen. Ich hab grad eine Taschenlampe gefunden, oder? Frischst du mich! Welche Richtung rennt der Michi denn? Weiß ich nicht! Ich hab mich umgezogen und rennt zurück. Ein fester Taschenlampe und dann stirbt es. Das ist der Wischte, das hab ich mich versteckt damals. Das springt dich um. Aber ich bin... Aber der Michi ist doch da vorne. Achso. Ja, ich wollt grad sagen. Michi ist doch erst dran, wenn das noch kommt, Thiel. Ich find das doch schlapp und stirbt. Das ist aber richtig fun. Hast du die Taschenlampe ein bisschen mit, Michi? Nee, ne? Nein, ich bin ja nicht bis dort hinten. Es ist gegangen. Dann war er hinten. Nein, als du schreien gehört hast. Ja, Spaß. Gefressen werden macht Spaß. Wie lange ist das? Und wenn du den Krest an den anderen zu gucken konntest, wäre das ja gar nicht so schlimm gefressen zu werden. Das lustige ist, gibt es normal einen Raum mit einer Disco. Mit einer Roden. Aber ich bin nicht... Wir gehen zur Station, wa? Warte, ich geh nochmal zurück. Michi. Warum? Da war... Sind wir da gekommen, oder? An der rechts? Ja. Hier sind wir gekommen, ja. Sicher? Ja. Okay. Das kann ich schon so aus, als die geht da nicht weiter. Und hier kommt von der anderen Seite eins. Was machen wir dann? Nein. Von der anderen Seite kaum kann es kommen, weil... Man muss auf beiden Seiten rennen, weil dann muss man wirklich. Man hat eine Art B und eine Art Kultur. Was ich nicht verstehe, ist, warum sind die Gänge so scheißen lang? Weil der Fischkack der Schaus trampelt und rennt. Und schreit. Wie kann man sich nicht so schnell rennen? Ich hab den ganzen Fun verpasst. Ich mach mal einen kurzen Cut in das Video, sonst dauert es so lang. Da bleibt man stehen. Ich mach mal das ein.